Am Aschermittwoch ist alles vorbei, hat vor vielen Jahren der Karnevalist Jupp Schmitz gesungen. Ich behaupte, dass nicht alles vorbei ist, sondern dass es am Aschermittwoch eigentlich beginnt. Und dazu hilft uns der Prophet Joel. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Das müssen wir uns wieder neu bewusst machen, dass wir nichts Äußerliches tun, was jeder auch sieht nach außen, der oder die fastet. Nein, zerreißt eure Herzen. Das heißt, macht eure Herzen wieder frei von all dem Staub, von all dem, was eigentlich nicht zu Gott passt und kehrt um zu ihm. Ich habe das ganz oft erlebt in verschiedenen Gemeinden, dass der Elferrat, dann in den Aschermittwochgottesdienst kam, nicht mit den frohen Kleidern der Fassenacht, sondern stilvoll in schwarzen Kleidern. Das ist es nicht, sondern es geht ums Herz. Herz Mitte des Lebens, Herz Mitte des Denkens, Herz auch die Mitte meines Kreislaufs. Dass wir von da aus wieder sehen, wie kann ich mich denn an Gott orientieren? Was kann ich tun, um wieder stückweise auch zu ihm zurückzukehren, seine Botschaft mitzunehmen, die mich doch aufbaut, die mir wichtig ist, die mir geschenkt ist seit meiner Taufe, die mich beeinflusst und eben auch Gutes sehen und auch erfahren lässt. Es gibt viele gute Wege, diese Fastenzeit zu nutzen. 40 Tage. Ich segne Sie heute, damit Sie am Ende sagen können, ja, ich bin wieder bei Gott gelandet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sind Sie gesegnet mit allen, die zu Ihnen gehören. Amen.